Die alten Männer Hier kann ich sie notfalls, falls sie da hängen bleiben oder ständig aufschwimmen, hier kann ich sie schlagen So ungefähr Aber eigentlich fallen sie da runter Genau sowas, deswegen hab ich sie hingebaut Weil sie auftauchen Er trink schon Was? So, jetzt mussten sie ja stinken Stirb endlich Alles, das kann man selber machen Das ist sowas passiert nicht oft, das ist jetzt Vorführeffekt Auf jeden Fall fallen dann hier die Federmotoren die kann ich dann einsammeln, muss bloß aufpassen Zombies sie mich hier Nicht erwischen Nicht wahr Na auf jeden Fall ist das meine Monsterfalle Ich machs jetzt mal wieder auf peaceful Aufholen Die ist auch noch nicht so richtig fertig Ich will das noch verschönern Also bei mir ist noch nicht so richtig was ganz fertig Ich will das immer weiter verbessern Das Zeug Wenn ich darauf Lust hab, baue ich da auch vor allem manchmal weiter Ähm Und jetzt fahren wir mal zurück Dann fahren wir mal zum zweiten Dungeon Den ich je entdeckt habe Da hab ich versucht mich hier hinzugraben Dann hab ich den zweiten hier plötzlich hier entdeckt davon Und den habt ihr wahrscheinlich schon vorher gesehen Wo wir her gefahren sind Das dauert jetzt ein kleines bisschen Ich zeig euch dabei meine Karte Ja, also ich hab schon jede Menge gebaut Hier ist der südliche Bereich Hier ist der südliche Bereich Jetzt muss ich aufpassen Dass wir das jetzt nicht übersehen Tö 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 Kitzeln wir mal die Wand Killy 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 Hä Ich wollt die Wand kitzeln Nicht die Erde Ja die ganzen Cablestones Die waren da Höhlen Die ich hier gelegt hab Da habe ich allerdings nicht so richtig Lust gehabt die zu erkunden und hab sie geschlossen Das hier ist die zweite Dungeon Ich will das hier Diese Wand Die will ich hier noch komplett aus Glas bauen Damit man die Monster richtig sieht wie sie Wie sie runterfallen Also hier habe ich auch schon angefangen eine Monsterfalle daraus zu bauen. Sie ist aber nur ganz grob. Ich glaube, da werde ich nach dem Part noch weiterbauen. Also nach der Show werde ich da noch weiterbauen. Fort meine ich. Also hier geht es erstmal herunter. Ganz grob ungefähr. Ja, und hier kommen dann die Monster. Und ja, die Lava, die habe ich nur spontan hingebaut. Also quasi nur, dass er zur Demonstration da ist. Okay, gehen wir wieder nach oben. Wo geht es denn da jetzt weiter? Ich habe es vergessen. Hier glaube ich, oder? Diese ganzen Höhlen, hier geht es nicht weiter. Geht es hier doch weiter nach unten, oder? Ich höre mich da wieder. Ja, ich höre mich da wieder. Ach, da geht es weiter. Nein. Was ist denn los? Oder geht es da etwa noch weiter hoch, oder? Ach, da geht es weiter, okay. Also den Punkt muss ich mir mit Schildern markieren, der führe ich mich schon ziemlich oft. Zack und zack und zack und zack und zack und zack und zack. Ähm... Wann kommt denn letzte Boosterschiene? Ach, da ist er ja. Und die Boosterschiene müsste jetzt genau nach oben kommen. Außer wir brauchen Anlauf. Und, ja. Es funktioniert. Okay, da hinten habe ich auch noch einen Punkt entdeckt, quasi eine Höhle, da habe ich eine Untergrundbasis gebaut, die ist aber allerdings uninteressant anzuschauen, die ist es nicht wert, dass ich es euch zeigen werde. Hier habe ich einen Kackstift markiert, damit ich das auch wiederfinde, also hier habe ich die Gleise hingebaut zu meiner Untergrundbasis, die ist allerdings noch nicht ganz fertig. Ach, gehen wir mal nach Westen, scheiße, ich hätte gleich drin bleiben können. Na komm her! Okay, dann schauen wir es mal auf der Karte an, jetzt gehen wir zu meiner Zuckerfarm. Die ist hier, der nächste braune Punkt daneben, wo der Pfeil jetzt da hingeht. Oh, es wird wieder nacht, da muss ich wieder pennen mit dem Bett, ich habe ja zum Glück eins mitgenommen, damit ihr euch nicht langweilt. Und wir können gleich in der Zuckerfarm pennen, das geht eigentlich auch. Und da ist er, die Zuckerfarm von mir, die ist allerdings auch nicht ganz fertig, das Dach ist beschissen. Ja, und zack, hier kann man das ganze abbauen, ich habe schon versucht, wieder das gleiche im Prinzip bei der, ähm, bei der Kaktusfarm zu machen, aber es ist dann zu ganz gut gebaut. Ich weiß nicht, dass es irgendeine Methode gibt, ähm, dass man dieses glückselige Höhle auch sammeln kann, meine ich. Okay, ich sammle das jetzt nicht mehr ein, also auf jeden Fall habe ich hier die ganzen Kisten gebaut, um das ganze Zucker zu gelagern. Hier habe ich noch spontan mein anderes Zeug gelagert, weil ich vorhin eine Höhle entdeckt habe noch. Ha, gehen wir mal hier pennen. Oh, warte, das sind halb Steps, da geht das nicht. Dann pennen wir mal im Freien. Und da weiter. Weiter geht's. Let's show. Zack, da habe ich noch mehr Zucker. Du 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 du. Hups. Du 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 du. Höhle. Höhle Zucker. Essen. Njam, njam, njam. Hypoaktiv. Werden. Nein, warte, da ist er am Ding. Schalte. Okay, wo ist mein Minecraft? Wahrscheinlich ist er wieder weggefahren. Ohne mich zu fragen. Ach, da bist du Minecraft. Böser, böser Minecraft. So, also hier sind wir jetzt in einem Wald. In dem kleinen habe ich selber gepflanzt. Und abgeholzt, wie ihr da vorne sehen könnt. Geben wir jetzt mal zum Haus des Sonnenaufgangs. Hup, da muss, nein, nein, stopp. Das, was ich vorhabe. Ich will hier im Keller quasi wieder einen Bahnhof bauen, sodass der Bahnhof hier im Keller ist. In diesem Haus. Haus des Sonnenaufgangs. Okay, hier geht's rein. Hier kann man sich hinflacken und den Sonnenaufgang anschauen. Da habe ich ein paar Bilder. Thron, Bett. Da kann man auch im Bett den Sonnenaufgang anschauen. Hier geht's noch oben, aber da habe ich noch nichts gebaut. Das war bei meiner Küche auch nicht. Auch da oben leer. Da muss ich also noch was bauen. Hier an meinem Haus des Sonnenuntergangs. Also das ist das schönste Haus, was ich gebaut habe. Habe ich genannt, schönstes Haus der Welt. Smiley. Denn hier geht die Sonne unter. Und hier ist ein Balkon. Und was sieht man hier auf dem Balkon? Mein Hafen. Mit einem Leuchtturm und einem Dock. Ja, und hier kann man sich hinflacken, Bier trinken und was weiß ich. So schöne Sachen halt machen. Genauso wie hier. Oder hier. Und hier geht's nach oben. Hier kann man's aufmachen. Da kann man zum Beispiel, wenn man... Hier kann man zum Beispiel ja schön romantisch mit seiner Freundin rumsitzen und so. Und den Sonnenuntergang anschauen. Hier habe ich ein kleines Lager ausgebaut. Ja, ist... Ah, da habe ich Bricks drin. Okay. Ist allerdings noch nicht so, dass Großangst sagt, das Dach ist fertig. Im Gegensatz da vorne. Hier muss ich noch Treppen hinbauen bei dem anderen. Hier sieht man meinen Leuchtturm. Abschließen wir mal das Ganze. Und hier auch. Okay, jetzt laufen wir mal zu Fuß weiter zum Dock. Also die ganzen Gleise, die gehen hier auch zum Dock und... Zum Dock halt gehen sie und dann gehen sie direkt hier wieder weiter. Zu einem anderen Haus. Das habe ich das Zombie-Haus genannt. Weil ich direkt da an der Oberfläche einen Zombie-Spawner gefunden habe. Und daraus habe ich mir den Luxus gemacht, es gleich zu einem Haus zu bauen. Boah! Ja. Das war auch direkt nahe meines Spawn-Punkts. Und ja, also hier geht es weiter mit den Gleisen. Die kommen jetzt von dem Haus da, wo wir vorhin waren. Hier will ich ein Glashaus hinbauen. So eine Glaskuppel unter Wasser halt. Okay, hier ist der Leuchtturm. Gehen wir mal da rein. Den habe ich aus roter Wolle und weißer Wolle gebaut. Und oben habe ich das aus Netherstone gemacht, damit das ewig brennt. Es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch. Habt ihr Höhenangst? Ich schon. Ja und hier ist das ganze Niterack am Brennen. Komm schon. Ach so, da fehlt eine Treppe, okay. Hier kann man die Aussicht anschauen. Quasi wie eine Aussichtsplattform. Mit einem warmen Hintern. Und jetzt noch irgendwas, was wir noch nicht erforscht haben. Jawohl, da hinten ist noch. Gehen wir mal zum Zombie-Haus jetzt. Na ja, so sieht es hier unten aus. Ich habe es aus Holz gemacht. Und bin das Risiko eingegangen, dass alles in Flammen ausgeht. Weiter oben habe ich es aus Normalstone gebaut. Also aus Cleanstone halt. Und jetzt geht es zum Zombie-Haus. Das ist... Das ist südlich von hier. Also hier wo der Pfeil hin zeigt. Zu diesem braunen Punkt halt. Ich mache mal kurz eine Ausnahmepause. Okay, weiter geht's. Bei Minecraft. Let's schau. Hopp, hopp, hopp. Nein, bleib da. Minecraft! Minecraft! Nicht davon fahren! Minecraft, du böse! Okay, jetzt laufen wir zu Fuß. Wir danken euch bei der Minecraft. Also auf jeden Fall folgt die Linie dann weiter. Hier so. Hier habe ich es mit Erde zugemacht, weil... Weil das so scheiße aussieht. Weil das Mitte in der Landschaft war, dieses Gleis. Und ich wollte mal meine... Die... Aussicht meines... Schönsten Hauses der Welt nicht versauen. Deswegen habe ich hier Erde rüber gemacht. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal nach unten. Und... In die Tiefe... Und weiter... Und... Zack! 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 Jetzt ruft da noch einer an, aber ich gehe jetzt nicht ran, weil ich mitten beim Aufnehmen bin. Kann für mich auch Obama sein. Mir ist es schnurz. Wenn ich... Wenn ich meine Let's Plays oder Let's Shows aufnehme, gehe ich nicht ans Telefon. Egal, was los ist. Okay, gehen wir mal nach draußen. Und hier ist vor eurer Nase jetzt das Zombie-Haus. Ja, ich fand das hier ziemlich witzig mit dem Berg hier. Habe ich gleich... Und die Umgebung fand ich auch ein bisschen cool. Mit Plus-Zombie-Spawner, da habe ich mir ein Haus hierhin gebaut. Vielleicht mache ich das noch größer, ich weiß es noch nicht. Momentan ist es auch noch nicht so richtig fertig. Also hier ist der Zombie-Spawner. Den habe ich mit Sunstone verkleidet. Und hier geht es in den Dungeon rein, falls man Lust hat. Hier kann man zum Beispiel kämpfen oder sowas. Wenn man musig genug ist. Das machen wir jetzt allerdings nicht, weil ich euch jetzt ganze Zeug zeige und nicht kämpfen will. Gut, jetzt gehen wir weiter nach Süden. Gehen wir mal ins Geisterhaus. Das habe ich auch ungefähr vor einer Woche angefangen zu bauen. Ist auch noch nicht ganz fertig. Ist eigentlich noch gar nicht fertig. Ist nur... Ja, im Grundriss halt.